Um sich ein Minecraft gegen anrückende Monster zu wehren, gibt es verschiedene Waffen. Zum einen ein Schwert. Das baut man ganz einfach. Man nimmt einen Stock, zwei Materialien, Eisen, Gold, Diamant, Stein und Holz, alles möglich, und baut dann ein Schwert, das entsprechend des Ausgangsrohstoffes stark ist und kann damit dann die Zombies und Co. niedersebeln.